Willkommen zurück und willkommen in der Mission 24. Ja, in dieser Mission ist auch ein Präventivschlag möglich. Allerdings ist der sehr schwierig und sehr geduldserforderlich. Und man kann hier natürlich auch mit dem Blender rangehen. Allerdings schafft man das auch ohne Blender, die 5 Sterne zu erreichen. Wie man das schafft, werdet ihr hier sehen. Man beachtet bitte, dass ich hier in Kapitel 13 bin. Ob es in Kapitel 11 genauso klappt ohne Präventivschlag, weiß ich leider nicht. Ich kann es euch nicht so genau sagen. Aber ich denke mal, es sollte auch funktionieren. Und ja, wir haben hier im Prinzip mit Blitzschlag erstmal den ganz hinten weggekloppt. Denn das ist eigentlich der, den man zuerst rauskloppen sollte. Und dann sollte man auf die anderen noch gehen. Also man kann die Mission natürlich sehr gut nutzen, um hier Geld zu farmen. Natürlich gibt es bessere Geldfarmenmethoden. Allerdings ist das eine Möglichkeit, um Geld zu farmen. Denn man kann hier die Mondblum-Samen bekommen. Und die kann man für 6.000 oder 60.000 verscherbeln. Und ich weiß es nicht mehr so genau. Vielleicht auch mehr oder weniger. Auf jeden Fall kann man hier ganz gut, relativ gut farmen. Also Geld. Und ja. Hier haben wir unsere 5 Sterne erreicht. Und Mission erfüllt. Sehr gut. Die Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017